Servus, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Gag-Alterle. Ich bin immer noch an Ort und Stelle, hier haben wir das letzte Mal ausgemacht, Leute. Mit dieser Folge habe ich mir gedacht, soll es auch noch mal eine Ecke weitergehen. Vielleicht sind wir ja gar nicht so weit weg von der Questreihe Abyss. Ich will es auf jeden Fall probieren, machen wir noch ein, zwei Runden in der heutigen Folge von den Quests und da können wir immer noch bauen gehen. Es rennt uns ja nichts weg, wir haben ja nicht vor, morgen auszumachen, weißt du. Jetzt pass mal auf, ich will mal ganz kurz gucken, dass ich unserem... Ne, das hätte man jetzt nicht gebraucht, sondern deine Lebensdinge hätte ich gerne hochgebollert, mein Freund. Lass mich mal bitte prüfen, müfen. Ne, die Streu... Ach, ich bin ja im Raumschiff, deswegen geht es nicht. So, meine Lieben, nochmal ganz kurz gespeichert, einmal aufgeladen, dass der Alterle auch wirklich fit ist, wenn es losgeht. Und zwar die Lebenserhaltung. Flupp, kehre in den Weltraum zurück und tritt mit Apollo in Kontakt. Das machen wir jetzt einfach mal. Man muss es halt jetzt nicht in Erinnerung rufen. Wir haben ja mehr oder weniger nach eigenem Leitfaden gespielt die ganze Zeit, also nach meinem Leitfaden. Und ich habe natürlich die ganzen Hauptquest-Stränge gar nicht so weit verfolgt. Es kann sein, dass uns schon eine Handvoll fehlt, ne. Aber das werden wir zusammen rausfinden. Kehre in den Weltraum zurück. Apollo, mein Freund, jetzt kannst du mich kontaktieren. Ich bin wieder da. Bedrohung ist mir jetzt wurscht, ich brauche keine Bedrohung. Ich brauche meinen Freund, den Apollo. Äh, Kommunikation, bam. Da ist er. Gute Arbeit, der Angriff auf die Fabrik hat sich ausgezahlt. Konntest du nützliche Daten sammeln? Ich frage mal, was als nächstes passiert. Ich weiß nicht mehr, ob es nützlich war. Ich konnte zahlreiche Signale aufzeichnen, als die Wächter einer nach dem anderen auftauchten. Unter der Oberfläche des Planeten gab es Energieströme. Wow. Die sich von Monolith zu Monolith bewegten. Wir sollten auf der richtigen Spur sein. Untersuche diese Strukturen. Die sind garantiert alle miteinander verbunden. Klingt schon interessant, ne? Die Tatsache, dass die Monolithen miteinander verknüpft sind. Viel Glück, ich melde mich auf der anderen Seite. Kommunikation beenden. Ciao, Apollo. Die Galle. Mehr erfahren mit P. Sprung in die Dunkelheit. Portale Code knacken. Teil 1. Apollo hat das Wächtersignal bis an einen Ort auf einer nahen Welt zurückverfolgt. Folge diesem Signal und untersuche es. Alles klar, Apollo. Dat wollen wir tun, wenn du uns das sagst. Apollo Signalspuren folgen. Da ist doch hier die Geschichte, ne? Leihlinien-Ursprung. Das letzte Mal, als ich mit Leihlinien zu tun hatte, war bei Dark and Light. Kann nicht schlecht werden, Leute. Die Leihlinien. Und ein Scan rausgejuchzt. Jimoni. Jimoni X1. Äh, XI. Was war das nochmal? X ist 10. Wenn es vorne dran steht 9, dann müsste das 11 sein, oder? Gamma-Wurzel, Salz. Und solche Urin-Gläsen. Ich dachte gerade, okay, kontaminierter Planet passt schon. Uran natürlich. Okay, Leute. Dann springen wir doch ein bisschen rum. Warum nicht? Es muss ja gemütlich sein. Entschleunigen auf jeden Fall. Das ist mir das Wichtigste. Und das tut das Spiel in allen Bereichen. Selbst so eine Fabrik ist irgendwie entspannt, finde ich, in dem Game. Eintritt in die Atmosphäre. Fumm, fumm, fumm. Leihlinien Ursprung. Bup. Waren wir hier schon öfters unterwegs? Nicht wirklich. Ah. Hier lande ich natürlich mal außerhalb. Ich scanne gleich wieder ein bisschen was, wenn wir noch nicht alles haben hier. Landebahn nicht frei. Mr. Gag such dir eine freie Landestelle. Er hat irgendwie so unser Gag-Alterle, Leute. Ein Kind der Dunkelheit, oder? Zieht ihr das mal rein, wie wir halt immer dunkel haben auf den Planeten, wenn wir ankommen. So. Saturn steht am Himmel. Schöner Planet. Interessanter Planet. Aber bei Nacht natürlich nicht viel zu sehen. UE-Fokussystem. Da sind wir angekommen. Wir haben nicht alles gescannt, wie ich sehe. Eine Pflanze bringt uns Kohle. Nehmen wir ein bisschen mit. Füllen wir etwas unser Konto auf. Schön. Das sind 80 Mille, die wir mal geschwind abgesandt haben, meine Lieben. Du scannst, ich scanne. Wir sind beide Scanner. Ich bin allerdings ein reisenden Scanner. Ich bin ein Reisescanner und du ein Drohnenscanner. Moment. Okay. Ihr habt geschrieben, ihr seid schon in anderen Systemen unterwegs zum Teil. Wie komme ich denn in ein anderes System? Nicht System. In einer anderen Galaxie, oder? Bringe ich es jetzt durcheinander? Irgendjemand hat von euch was von einer Eisengalaxie erzählt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gibt es dann andere Planeten, die anders strukturiert sind? Oder gibt es dann einfach auch random die Planeten, die wir hier finden? Nur ist es ein anderes System? Ich habe keinen Plan, Leute. Vielleicht weiß da jemand einen kurzen, knackigen Satz dazu. Das würde mich echt interessieren. Und auch heute nochmal die Erinnerung natürlich. Wenn ihr Bilder habt, atmosphärische Bilder, ist aktuell das Thema der Bildergalerie, die wir auf der Homepage haben. Unserer Communitygalerie. Schickt mir die. Als Beispiel müsste ich jetzt erstmal mein Schild aufladen, sonst sterben wir wahrscheinlich gleich. Jetzt hast du das Falsche aufgeladen. Jetzt muss ich selber mal gucken. Gaswäscher, das ist unser Ding. Ich glaube, der hier war es dann, oder? Ne, ich muss kurz reinhocken, Leute. Das nimmt ja ab wie Sau. Jetzt geht es hoch, das ist klar. Genau, also Thema atmosphärische Bilder war dann aus meiner Gedankenwelt eher so eine Geschichte hier. Wir hatten bis jetzt Schiffe. Wenn ihr natürlich euer Schiff noch schicken wollt und ihr habt das Thema verpasst, könnt ihr das natürlich nachträglich machen. Ansonsten wäre ein atmosphärisches Bild sowas. Ja, einfach von irgendeinem Planet, den ihr cool findet, einen schönen Screenshot machen. Guckt mal vorbei auf der Galerie. Es ist echt toll, wenn so viele verschiedene Leute da was schicken. Ich finde es total gut. Habe ich aber schon mal gesagt. Ich werde es nicht so oft erwähnen jetzt. So, meine Lieben, pass auf. Ich lasse kurz das Schild hochladen. Ich bin etwas verwirrt allerdings, dass ich es nicht... ...gleich draußen finden konnte. Verstrahlte Gewitter ist klar. Weißt du was, wir machen einfach schnell? Wir machen einfach mal schnell hier, Alter. Denkst dran, dass es hier auch... Den haben wir auch noch gescannt hier, den Kollegen. Guck mal, ob da irgendwo... ...da ist auch Wasser hier in der Wasserhöhle oder sowas, ne? Ist ja sehr interessant. Was haben wir denn da, Leute? Ein Mineral? Und was für ein schön geformtes. Asibit? Wow, alles klar, leh? Da müssen wir ein bisschen aufs Schild jetzt halt achten. Taschenlampe können wir einschalten. Vielen Dank, Spiel, für die Erinnerung. Den habe ich noch nicht gesehen, so einen. Gorgeous, Bausch, Itzibusch. Auch lesen konnte ich es nicht. Ich nähere mich der Struktur und weiß nicht, was mich erwartet. Vielleicht eine Wächterarmee? Ein Pfad, der mich zu Artemis führt? Ich führe etwas in der Struktur und ich fühle etwas in der Struktur des Monolithen. Eine Geschichte, eine Vision. Sie brennt sich bereits in meine Augen. Wir aktivieren das Gerät. Ganz klarer Fall. Der Reisende Der Reisende ist unter dem Schatten eines roten Sterns erwacht. Er floh durch den einsamen Kosmos auf der Suche nach Bestimmung und Bedeutung. Er fand eine Anomalie, eine Abweichung, ein Tor zum Himmel. Weder Gagg noch Vykin oder Korvax können sie sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen, doch er wusste nicht, wie man es durchschreitet. Er versteht weder die geheime Sprache noch die Glyphen. Er erkannte den Wert der letzten Wahrheit noch nicht. Glyphen ansehen. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir. Sie sind Teile eines Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Oje. Codes und so. Bei meiner Abreise erkenne ich eine Drohne in der Ferne. Sie bewegt sich schnell davon. Ich hoffe, du hast es aufgeschrieben, Alter. Weil ich habe es nämlich nicht gesehen. Leihlinienverbindung entdeckt. Rückverfolgung zum Ursprung. 20 Minuten. Da können wir tatsächlich mit dem Schiff abhauen. Wieso sind wir jetzt hier auf diesem... Guckt ihr mal oben die Decke an, Leute. Ist schon ein Krassinger, oder? Muss ich ganz kurz einen Fotomodus reinmachen. Und ich muss uns die Sonne hier hinholen. Ne, ich müsste uns tatsächlich hier hinholen. Die flachmöglichste Stelle wäre hier. Dass man so ein bisschen sieht, was wir sehen. Wie es auskangen ist. Wie schön auch so ein kleiner, vergifteter, vergammelter Planet sein kann, wenn man will, oder? Hammer Geschichte, aber wir müssen weiterziehen. Ich weiß, ich bin momentan hier ein bisschen im Foto. Eiferle. Die Musik hört sich immer nicht gut an. Nein, das habe ich gewusst. Ich habe es geahnt, Leute, dass wir es nicht schaffen. Wächter-Einheit deaktiviert. Wie? Da war gerade ein neues Zeichen. Aha. Das ist bestimmt kein Lieber. Komm, das ist irgendwie ein Mörder-Eichhörnchen. Renn. Jo, ich habe es genau gewusst, dass es immer der Eichhörnchen ist. Oder war das jetzt der Strahlungsschutz? Egal, ich flitze erst mal. Leute. Ich bin tierisch erschrocken jetzt. So, weiter geht es. 20 Minuten zu Fuß. Sind mit dem Schiff. 4 Minuten. Und wenn wir ein bisschen Gas geben. Ein paar Sekunden. Reicht genau, um unser Schild wieder aufzuladen. Rauszugehen. Für neue Taten bereit zu sein. Weil wir die lieben. Eigentlich ist es schön hier einfach nur rumfetzen. Es ist wunderschön. Es macht einfach nur tierisch, tierisch Laune. Zieh mal das Schiff ein bisschen hoch, Digga. Ich bin heute gut ernährt. An den Rechner guckt. Nicht, dass ich es rausspucken muss hier. Mit unserem Alterle. 12 Sekunden. Die schaffen wir. Ich hau mal ins Scan raus. Aber was können wir... Oh, guck mal. Da ist ja Häusle. So, Alterle. Die letzten 9 Sekunden dieser Reise stehen uns bevor. Bubbles pflanzen. Leihlinien. Die Leihlinien. Da vorne ist auch wieder Wasser. Ich denke immer, es ist alles ein Zeichen dafür, dass wir bald die Episquestreiche kriegen, Leute. So, landen. Landesequenz wird eingeleitet. Ich gewöhne mich jetzt langsam mal an, immer die Dings voll aufzuladen. Ich bin so schnell immer abgelenkt. Siehst du? Schon wieder mal was zum Scannen hier. Scannen wir mal so ein Ding raus. Vielleicht können wir ja ab und zu mal schauen, ob wir eine Dings finden, Leute. Wow, hat sie hier einen Haufen Zeugs, wo wir jetzt raussuchen können. Ich suche Rezeptteile. Guck mal, hier ist wieder ein Tier. Das ist verborgen. Genau deswegen habe ich die Startschubdüsen aufgeladen, weil jetzt will ich ja natürlich schon gucken, ob ich... Da, das habe ich gemeint. Ich hatte nur kurzzeitig den Namen vergessen. Auf E musste drücken. So, und jetzt will ich das Tier sehen. Wo bist du? Tier? Ist der unter der Erde irgendwo? Da hinten ist jetzt auch eins von denen. Da war eine Absprungskapsel. Alter Leute, hier ist ja einiges, ne? Und jetzt haben wir schon wieder dieses extreme Wetter. Ich lasse jetzt alles liegen. Außer... Ich gehe kurz ins Schiff, nochmal das Schild aufladen. Ist ressourcenfrei. Und die Dinge holen wir uns. Die Technologie. Wir brauchen ja noch Rezepte. Wir haben noch einen kompletten Rover. Wir brauchen die Fensterelemente für die viereckigen Räume. Und ich will natürlich die Rennstreckenteile holen, ne? Da suchen wir uns einen schönen Planet in der Nähe von unserem Giftplanet. Da baue ich uns eine Rennstrecke auf, Leute. So. Jetzt hopfen wir mal hier hoch. Jetzt machen wir mal einfach die Quest ohne irgendwelche anderen Sachen. Die Wikintafel. Gut, das Wikin lese ich jetzt nicht mehr vor. Das ist ein bisschen eingrosset bei mir. Als ich mich der Struktur nähere, spüre ich dasselbe Brennen in meinen Augen. Es gibt nichts zu lesen, aber dennoch bin ich mir dieser Worte bewusster als allem, was ich zuvor kannte. Ich aktiviere das Teil, mutig wie unser Gegalterl ist. Die Sünde. Der Reisende fand einen Weg. Das tun sie immer. Die erste Drohne schrie, als sie aufgeschnitten wurde. Inmitten der zerrütteten Erinnerung an die Wächter fand der Reisende die Klüven, die er brauchte. Er durchschritt die Pforte und trat vor das Angesicht der Allmacht. Boah, sie schrie, als sie aufgeschnitten wurde. Ist auch nicht schön. Der Reisende fragte den Atlas, wie viele Welten er noch besuchen müsse. Er hatte in seinem Leben schon so viele gesehen, dass er nicht sterben wollte, bevor er sie nicht alle entdeckt hatte. Der Atlas antwortete. 18 466 744 073 709 551 616 Planeten. Ach, der Komma soll die Zahl trennen. Ich zähle jetzt ein paar Millionen halt. Mehr als jemand in einem Leben decken könnte. Es war unmöglich, das Universum komplett zu erkunden, bevor der Reisende sterben würde. Muss ich mir die Zahlen jetzt schon merken? 447 7. Ich erkenne jetzt irgendwie hier keinen Zusammenhang. Im Moment 18 4 1. Ich glaube nicht, dass das eine Rätsel ist, die Zahl. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glyphen vor mir. Sie sind Teil eines Codes für die Aktivierung eines Portals. Sind es die Glyphen, die ihr habt, wo ich dann hin und her porten kann? Systeme durchporten kann oder sowas? Ich denke an den Atlas. Ich habe diesen Namen auf meiner Reise schon oft gehört. Trotzdem entzieht sich mir seine wahre Natur. Die Vision erfüllt mich mit Angst. Der Sprung in die Dunkelheit. Finde die letzte Portalplüfe. Kein Problem, kein Problem. Die finden wir. Ich will allerdings ganz kurz haben, wenn ich gesehen habe, dass ich hier ein Wort lernen kann. Alter, hüpf hoch. Dankeschön. Ein Wissensstein. Versagen. Ein tolles Wort, das wir jetzt hier gelernt haben. Ein richtig tolles Wort. Es können nur Wikimwesen sein. Ach, guck dir das an. Kann ich die zerschießen hier? Ne, ich kann hier keine Waffe ziehen, klar. Hobbyschen wieder vergessen. Hobbyschen wieder vergessen. Komm, wir ziehen weiter, Leute. Hier ist nochmal ein Wort. Jetzt renne ich außen rum, dass ich auch kein Wort vergesse. Kleine Ruine. Wäre übrigens auch ein wunderschöner Screenshot gerade, um es nochmal ran zu holen. Guck mal. Atmosphärisch. Aber das können wir als separates Thema irgendwann nehmen. Dass wir Ruinen oder Gebäude, die praktisch No Man's Sky für uns parat hat, zu ranholen. Und das wäre jetzt kein atmosphärisches Planetenbild, finde ich. Sondern eher eins, wo wirklich der Planet rauskommt. Zur Geltung kommt, wo man genau weiß, hier geht es um dieses Stück Planet. Ich komme mir so ein bisschen vor. Das kann an der Badlänge liegen, dass ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf dem Berg hoch die Tafeln holen. Verstehst du? So, Leute. Komm, wir müssen weiterziehen. Eine Portal-Glyphen-Geschichte haben wir noch. Habe ich dich schon entdeckt? Ne, doch. Ja, habe ich. Oh, ist aber auch ziemlich verstrahlt hier. Gag. Ich wollte aber das Ding noch holen eigentlich, ne? Ich wollte eigentlich... Ach, ist egal. Das können wir ja mit einer extra Farmtummel machen. Ich glaube, ich bin lieber unterwegs jetzt heute noch ein bisschen. So. Vier Minuten. Wenn ich Speed gebe, 35 Sekunden. Aber da kommt Land. Du musst ein bisschen hochziehen. Und jetzt runterziehen. Halt, da ist das Vergrabene. Au, wir haben gerade so einen toxischen Extremsturm, Leute. Dann guck mal lieber, dass wir unseren Sprungpunkt hier finden. Irgendwie ist das Wetter gerade extrem beschissen. Zieh dir das mal rein hier mit gelbgiftig. Bauch, 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 bauch. Alterle. Junge, Junge. Ich dachte, ich bin voll hoch schon. Findet ihr die letzte Portal-Glüfe? Ich bin dabei. Aber es kann auch sein, dass ich mein Ende finde vorher. Du siehst halt gerade nichts. Das ist echt nicht ideal, Alterle. Lande, lande, lande. Nase an Nase mit der Struktur, meine Lieben. 30,5 Rad haben wir. Guck mal, ob wir das lange überleben oder nicht. Schwupp, ich hopf da kurz hoch. Lerne kurz die Worte. Lade mich wieder auf. Wir haben gelernt abwesend. Wir flitzen rüber. Es geht extrem runter gerade in dem Sturm, Leute. Wir haben gelernt Ausbildung. Und wir haben gelernt Vorsicht. Da kommt auch ein Viech. Das will uns an Kragen. Kreatur. Ich hock mich rein. Er ist gerade angeraten gekommen. Ich glaube, das war kein Lieber. Ich höre eine Drohne, die uns scannt. Wer hat das letztendlich gesagt? Ich kann nicht hier drauf drücken. Ach, siehste. Mit Alt. Habe ich noch nie gemacht. Da oben fliegen wie große Adler. Schöne Geschichte, Leute. Ich will allerdings das Ding jetzt aktivieren. Und Wettersturm löst sich auf. Perfektes Timing. Besser geht es nicht. Lup-di-dup-di-du. Lup-di-du. Lup-di-dup-di-du. Lup-di. Oder es sind ganz viele von denen, die uns an Kragen wollen würden. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es hinhaut, wenn ich es so mache. Alles hier ist rot gefärbt. Dasselbe unbeobachtbare, unbeobachtbare Karmessinrot. Unbeobachtbar ist eigentlich der Hammer, so ein Wort, ne? Dass meine Vision erfüllt, wenn ich blinzle. Ich kann nur hoffen, dass diese Struktur, die letzten Klüfen beinhaltet, so dass meine Prüfung in diesen Ruinen endlich vorüber ist. Ja, Gag, ich glaube auch. Der Zweck der Unendlichkeit. Der Atlas erzählt dem Reisenden, dass er der Erste seiner Art war und dass ihm eine Vielzahl folgen würden, jeder von ihnen mit derselben edlen Seele und der Fähigkeit, in ewiger Einsamkeit von Planet zu Planet zu reisen. Der Erste Reisende lehnte das Geschenk des Atlas ab. Diese Welt war nicht, was er sich erhofft hatte. Was war der Zweck der Unendlichkeit, wenn man nicht alles sehen konnte? Wenn man alleine war? Wenn man eines Tages sterben würde? Der Erste Reisende verfluchte den Atlas und behauptete, er würde schon überleben können. Bekoste es, was es wolle. Der Reisende wird Zeuge all dieser Welten und sogar der gesamten Zeit selbst. Schauen wir uns mal die Glüfe an. Mich erfüllt das Wissen eines uralten Reisenden. Ich sehe Glüfen vor mir. Der letzte Teil eines Codes, den ich zur Aktivierung des Portals brauche. Jetzt kommt die Prüfung, Alter. Das könnte jetzt die Prüfung sein. Es waren wahrscheinlich tausend Sachen, die ich mir habe merken sollen. Und ich habe mir nicht einig gemerkt. Ich hoffe, ich brauche diese eine Zahl nicht mehr. Tja, Leute. Wir flitzen einfach weiter. Jetzt sind wir ja auf dem Pfad. Ich würde sagen, wenn wir diesen Teil erledigt haben und das nächste Mal in irgendeiner Form zum Artemis müssen oder den Apollo wieder irgendwo aktivieren, dann machen wir eine Baurunde. So ein bisschen auch zum Runterkommen für uns. So einfach mal hoch, weil 13 Minuten war schon ziemlich weit. Stopp. Ja, langsam, mein Freund, Alterle, langsam. Und draufspringen, dann geht es schnellstens. Perfekt, 4 Sekunden. Ist doch keine Zeit, oder? Okay. Ich hoffe, da hat sich was gemerkt, hier unser Gag. Das Technologiemodul gibt nicht auf, Leute. Das habe ich markiert. Das bleibt markiert. Leihlinien Ursprung. Ankunft in 9. Guck mal, wie zerfressen der Planet ist. Wir fliegen genau auf ein Technologiemodul zu, offensichtlich. Schön. Schön. Nichts anderes finde ich richtig gut, Leute. Dann haben wir wenigstens doch eins. So, komm, bevor der nächste Sturm kommt. Wenn er nicht schon da ist, hol deine Wumme. Das müsste jetzt hier irgendwo gelegend sein, oder? Ich gucke nochmal eben. Hier ist es. Das war dann irgendwie ein Anzeigefehler, weil eigentlich habe ich es gerade hier angezeigt gehabt, ne? Gut, ist kein Problem. Dann war es durchs Markieren irgendwie blöd. Bevor es losgeht, Leute, würde ich sagen, wir öffnen das Portal. Vielleicht haben wir ja Glück und wir kriegen es wirklich auch aufgemacht. Okay, Asche von Ulina. Reisenden Anomalie bestätigt. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Ich nähere mich dem Portal. Ich denke an jeden flüchtigen Gedanken und Wunschtraum, der mich zu diesem Moment geführt hat. Wenn ich diese Pforte durchschreite, finde ich vielleicht Artemis, die Quelle der Wächter. Oder vielleicht sogar ein ganz neues Universum. Aber es ist mehr als das. Das ist kein Schicksal, das ist eine Entscheidung, ein Vertrauensvorschuss, dass ich irgendwo da draußen in der Dunkelheit meine Bestimmung finde. Klüfen eingeben. Ich mache einen Schritt nach vorne, ohne zu wissen, was sich auf der anderen Seite befindet. Aber tief in meinem Herzen spüre ich den Ruf nach Wahrheit. Das wird der Anfang von allem. Okay. Bam. Das kennen wir schon. Okay, wir haben jetzt ein Portal aktiviert, Leute. Wahrscheinlich mache ich hier gerade was, was total cool ist. Und ich denke die ganze Zeit nur an diese Abyss-Quest-Reihe. Oh, ist das jetzt ein kleiner Stift worden? Ah ne, das steht hier einfach nicht. Ich dachte gerade. Sollen wir durchlaufen? Klar laufen wir durch, oder? Wir laufen durch. Jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen. Okay. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg irgendwo hin, Leute. Sehr, sehr, sehr interessant. Außenrum sehen wir noch hier den Effekt vom anderen Planeten. Die Verstrahlung. Hoffentlich. So einen haben wir auch schon mal gesehen. Wenn es nicht sogar da ist, auf dem wir waren. Nee, ist er natürlich nicht. Atmosphärischer kann es ja nicht sein. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Anomalies-Signal entdeckt. Soll ich es mal mein Schiff nicht geben? Hört sich an, als ob jetzt gleich der Endboss kommt. Ich muss mal eben da rein. Portal. Das uralte Denkmann haben wir eine Reihe von Glyphen bereitgestellt. Vielleicht sind hinter der Schlüsseleröffnung seines Portals. Wir haben doch das Portal geöffnet, oder? Denkmann haben wir eine Reihe. Hätte ich da... 16, 16, 16. Atlas-Protokoll initiiert. Leute, wir haben irgendwas ausgelöst. Ich kriege direkt Gänsehaut. Und zwar überall. Bist du entspannt? Du bist entspannt. Ey, Leute. Fram. Atlas-Schnittstelle. Sprich, mit dem Atlas. Ich habe die ganze Zeit gedacht. Ich habe echt gemeint, da reißt die Erde jetzt auf und da kommt was. Eine Warpzelle. Noch eine Warpzelle. So, mein lieber Atlas. Da bin ich wieder. Welch Zufall. Wir waren erst dort. Hallo Welt. Der Text blinkt vor mir. Der Text blinkt vor mir. Es wartet auf eine Eingabe. Fragen, wer da ist. Komisch, dass wir jetzt gerade hier landen, wo wir das eigentlich erst gemacht haben. Eine Tonaufzeichnung wird abgespielt. Ihr Echo ist über die gesamte Schnittstelle hinweg zu hören. Wir waren einst Reisende. Wir strebten einst mehr als Schmutz und Staub an. Der Ton klickt. Zeit vergeht. Zeig mir eine Welt, Atlas. Zeig mir etwas, das zuvor noch nie jemand gesehen hat. Die Stimme endet. Die Schnittstelle wird ruhiger und verstummt. Sie erwartet einen Befehl. Die letzte Diagnose liegt 19 Jahre zurück. 64% der Welten funktionieren nach den erwarteten Parametern. 2.611.384 verfolgbare Beobachtungen bereit für Analyse. Subroutine, Wächter, Status, Fehler, Nullwert. Subroutine, Glas, Status, Betriebsbereit, 4.182 Durchbruchversuche. Subroutine, Reisender, Status, Betriebsbereit, 458 kritische Fehlermeldungen. Strukturelle Integrität der Exo-Gedanken beschädigt. Soforteke Reparatur erforderlich. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren. Ja, nein. Reisender. Bäm, das Ergebnis, ne? Okay. Die Realität schwindet. Alles andere auch. Mein Körper, meine Stimme, meine Seele. Alles spricht zu mir. Der Atlas steht vor mir in all seiner Macht. Ich möchte nach Artemis fragen. Ich will ihn finden. Doch irgendetwas passiert mit mir. Ich muss weg von hier. Ich muss schreien, jubeln und erwerfen. Schreien, jubeln und erwerfen. Ich bin ein Gag. Ich jubel natürlich. Ich versuche zu jubeln, aber ich habe keinen Körper, keinen Geist. Du hast es versaut, glaube ich, Gag. 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 Was macht die mit uns, Leute? Das zieht uns ja hier voll durchs Universum. Das war die Gag-Antwort. Jetzt weißt du, was passiert, wenn du ein Gag bist. Ich habe keinen Körper. Ich habe keinen Geist. Ich kann nicht jubeln. Fehler, Fehler. 16, 16. Aber gut gemacht ist es, glaube ich, wenn man da richtig eintaucht, Leute. Ich spiele es ja eher Sandbox-mäßig. Ein bisschen Mission, ein bisschen Sammeln und so. Viel Bauen. Aber. La Boliv-System. Neue Entdeckung. Ja, da hat es auch neue Viecher. Jo. Du bist aber nah. Du bist aber nah unten gewesen jetzt. Bei uns. 350.000 hat es mal gebracht, so Viechle. Und so bringt die so viel Geld, weil ich den Scanner nochmal erweitert habe. Guck mal, überall. Die stehen hier in schönen kleinen Grüppchen. Oh, da kriegen wir mal. Rot. Der Sprung in die Dunkelheit. Lokalisiere dein Raumschiff, um an Bord zu gehen. Ja, hier ist unser Raumschiff. Ich habe es aber irgendwie gar nicht so eilig jetzt im Moment. Da hüpfen schon wieder so kleine... Guck mal, Leute. Jetzt haben wir mal schön Knäte gemacht, oder? Wir sind bei 8 Millionen jetzt. Ich scanne jetzt wirklich Pflanzen und Tiere, würde ich sagen. Ich haue hier mal so ein Dings rüber. Einfach, um zu gucken, ob es vielleicht noch eine Kleinigkeit gibt. Ein schöner Planet ist das ein sehr intensives Rot, ne? Alter, sind das Riesenlappen, oder? So, komm, holt ihr die Pflanzen noch. Die bringen auch ein bisschen was. Flora. Schöne Geschichte. War jetzt ein bisschen Aufregung drin. Guck mal hier, ein Pilzwald. Ich mag das. Oh, da hinten hat es, glaube ich, die Dingskugeln, Leute. Sind das diese Kugeln, wo die Wächter sauer werden, wenn ich da durchlaufe? Ja. Deswegen, wie laut, dass ich da durchlaufe. Der Mistkäfer. Ich glaube, der Ablass ist kein guter, Leute. Der schickt mich durch die Graffitino-Bälle hier. Ich habe was gehört. Da ist ein kleiner. Ih, was ist denn das für eins? Sieht aus wie ein laufender Hoden. Gucken wir mal. Hodentiere, Leute. Vier Eier. Jetzt habe ich es gefüttert. Ich habe ein guter Tier gefüttert. Hauen sie mich um. Ja, willst du auch was? Hörst du auch was, Alter? Ist so klar. Da kommt doch alle. Ihr habt jetzt alle Hunger, ne? Mein gutes Kobalt hier wegschmatzen. Alter Schwede. Oh, der ist auch ein guter hier. Alles klar, ne? Alles klar, ne? Komm, geh weg, Alter. Das sind Hodentiere. Die willst du gar nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Er sah echt aus wie ein Viechle mit zwei Eier. Also mit vier insgesamt. So weiter. Aber er hat Geld gebracht beim Scannen, ne? Wenn es um die Knete geht, der haut, kennt unser Gag nichts, Leute. Da hebt er das Scanner drauf. Da kennt er echt nichts. So, weiter geht's. Hammer alles, hammer alles. Sehr, sehr aufregend. Was ist denn das immer für eine Stimme hier? Sprich mich nicht an. Ich bin ein Gag. Los, mein Rui. Los, mein Rui. So, Leute. Wir sind ja schon wieder am Ende der Folge. Wie schade. Aber ich freue mich. Dann machen wir nämlich gleich die nächste jetzt hier hinterher. Dann haben wir auf jeden Fall was zum Anschauen. Und ein bisschen, da, guck mal, die ganzen Graffiti-Nobälle, wie die da dran liegen. Ich renne da nicht durch. Aber ich habe jetzt hier auch noch keinen Wächter gesehen, wenn ich ehrlich bin. Da vorne ist unser Schiff. Warum hat er das da vorne hingespawnt? Das war sehr interessant jetzt. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, durchs Lesen und durchs... Guck mal, was das hier... Ist das, glaube ich, so, dass man am Anfang dann hier eine Base hinbaut, weil es so super flach ist? Sieht gerade voll absichtlich aus, dass wir genau hier rauskommen. Servus, Säule. Gutes Stück. Guck dir den an. Irritation. Übertragung gelöscht. Mögliches Versagen der Grenzschichtablösung. Schiff 16 geleert. Schon wieder die 16. Diagnose. Keine Verbindung. Analyse. Erwartet neue Initiatoren. Ich übertrage einfach mal. Reisende Anomalie entdeckt. Position verzeichnet. System Integration. Scan initialisiert. Anomalie ist konform. Okay. Wenn du das sagst. Beschädigte Maschinerie. Hier sind... Ich will jetzt gar nichts looten. Ich will einfach jetzt gucken, wie es weitergeht. So, meine Lieben. Ich bin froh, dass dieser merkwürdige Welt etwas Vertrautes zu sehen. Ich flüchte zu meinem Schiff. Ich bin froh, in dieser merkwürdigen Welt etwas Vertrautes zu sehen. Wohin hat mich das Portal geführt? Ich war in der Schwerkraft dieses teuflischen Maschinchens gefangen und nicht stark genug. Mich ihr zu widersetzen. Sie hat sich als Atlas vorgestellt. Das Wesen, das so viele anbeten und fürchten. Ich habe keine Spur von Artemis oder den Wächtern gefunden. Warum bin ich überhaupt durch die Pfade geschritten? Warum bin ich diesem Pfad gefolgt? Um Artemis zu retten. Um Wächter zu eliminieren. Weil ich es kann. Weil ich es kann, finde ich gut. Tut mir leid. Ich rede mir ein, dass ich das alles... Ich rede mir ein, dass ich all das tue, weil ich es kann. Dass mit Artemis oder die Gefahr, die von den Wächtern ausgeht, eigentlich egal sind. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht brauche ich kein höheres Ziel. Als ich auf die Konsole starre, bietet sich erneut eine Gelegenheit an. Ich empfange eine eingehende Übertragung, die von einem Ort genau auf diesem Planeten ausgeht. Du bist nicht allein. Das Signal scheint seinen Ursprung unterhalb der Oberfläche dieser Welt zu haben. Es verwende dieselben Worte, die mich schon vor so langer Zeit Artemis geführt haben. Ich muss in die Tiefe absteigen, um die Quelle des Signals zu finden. Das mysteriöse Notsignal. Leute, das machen wir halt beim nächsten Mal jetzt nochmal. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach nochmal mit. Hier ist gespeichert, meine Lieben. Ein, zwei Dinge. Jetzt ist es interessant. Jetzt interessiert es mich einfach, was noch passiert. Und da wir sowieso zur Abyss-Quest-Reihe da lang müssen, würde ich sagen, wir gönnen uns noch eine Folge Mission erkunden. Vielleicht ist es auch nur noch ein, zwei Schritte. Dann können wir früher heim. Ich würde sagen, eine Folge schreibe ich jetzt hiermit noch aus zum Entdecken. Nicht dieser Planet. Beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis dann.